Hallo, mein Name ist Nanook, ich komme vom Hackspace Siegen und ich werde jetzt hier über kontextbasierte Pseudonyme sprechen, was dabei falsch gehen kann und warum man das Ding benutzt, bebraucht, um zumindest das Fehlen von Kontextbasierten, von der Idee zu verhindern. Ich mache erst die Zusammenfassung, dann erzähle ich aus dem Nähkästchen, also lustige Geschichten, die passiert sind und das war's, Ende des Vortrags, wir haben nur 30 Minuten. Kontextbasierte Pseudonyme und warum man Self-Quantisation braucht, um das auf die Kette zu kriegen. Kontextbasierte Pseudonyme, so nenne ich das, ist das Einsetzen eines Pseudonyms für einen bestimmten sozialen Kontext. Zum Beispiel nennen wir Hacker uns meistens Hacksaw 1337 in unserem Hackspace, aber unsere Freundin nennt uns nicht so. Da haben wir einen anderen Namen, Schnupsi Pupsi zum Beispiel. Und das Pseudonym ist also eine Referenz auf eine Person, die der soziale Kontext versteht, aber vielleicht andere Leute nicht so. Das ist quasi so ein Spitzname für die einen sozialen Kontext. Das ist in der Beziehung, das ist der Kosename, Schnupsi Pupsi. Bei Nationalstaaten ist es die Einwohnernummer, die Passausweisnummer. Auf der Arbeit ist es Guten Tag, Frau, Nachname. Guten Tag, Herr Nachbar, sehr förmlich. Es ist nicht Schnupsi Pupsi und ist auch nicht Lead Hacksaw Deathlord. Und unter Freunden gibt es Diminutive. Zum Beispiel, wenn jemand, nennen wir mal einen Namen, irgendeinen. Bla, das ist ein schlechter Name. Das ist auch wichtig, wenn man kontextbasierte Pseudonyme machen muss, der braucht gute Namen. Sagt mir Max, ein diminutives Maxchen. Maxi, Maxime Hirn oder sowas. Oder einfach Donde. Warum? Weil er Dendemann mit Nachnamen heißt. Oder weil er irgendwas. Das ist ein Diminutive. Aber ich denke doch schon wieder ab. Wolltest du mir nicht sagen, dass ich es lassen soll, wenn ich... Dankeschön. Das ist gar kein Bezeichen. So, die unterliegende Motivation für mehr Pseudonyme für sich selber zu benutzen, als nur die, die man halt von seiner Mama bekommt, vom Freundeskreis, weil man mal in der vierten Klasse in die Hose gemacht hat. Und da heißt man, wie weiß man, 84 ist Pipi, man bis der letzte Klassenkammer hat gestorben ist, der diese Geschichte weiß. Man kann diese Pseudonyme aber auch ein bisschen bewusster zum Spielen einsetzen, um einfach die Informationen, die es über einen selber gibt, ein bisschen zu kapseln. Von sozialem Kontext zu sozialem Kontext. Warum wollte man soziale Kontexte voneinander abkapseln? Man möchte nicht, dass der Chef weiß, was man letzte Nacht gemacht hat. Man möchte nicht, dass die Leute, die einen halt eher für produktiv und attraktiv halten, wissen, was man in seiner unproduktiven, nicht attraktiven Phase macht. Im Internet ist das super einfach. Wer hat mehrere Facebook-Accounts? Der Hebe bitte die Hand. Benutzt ihr eigentlich immer dasselbe Passwort? Hand hoch. Ich auch nicht. Sehr gut. Und dann hat man halt also mehrere Facebook-Accounts. Man klickt sich dann die eigenen Freunde zurecht. Das wiederholt man auf allen anderen sozialen Netzen. Da gab es noch Studi, VZ und Kram. Und immer ein eigenes Passwort. Da muss man sich ein bisschen organisieren, damit man nicht irgendwie dann sagt, ach komm, ich poste das trotzdem unter einem anderen Pseudonym, weil dann bricht ja alles wieder zusammen. So. Im AFK, also Array from Keyboard, auch Real Life genannt, ist das ein bisschen schwieriger. Weil ich kann, weil Nanook und Esteban Schuhe, eines meiner Pseudonyme, die sehen gleich aus. Weil wir sind dieselbe real existierende Person mit diesem Gesicht, wenn man das so nennen möchte. Das heißt, Anonymität, was wir im Internet will, im Internet relativ einfach hinbekommen, wenn man vorsichtig ist, können wir in Real Life nicht machen. Und wenn wir mit anderen Leuten interagieren, möchten wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder auf das letzte Treffen beziehen. Hey, letztens hast du das und das gesagt, wir wollten das und das machen. Ich hab da ein bisschen weiter dran gearbeitet. Das geht unter Anonymität nicht, weil Anonymität ist ja, dass man überhaupt nicht weiß, wer das Gegenüber ist. Man hat keine Attribute, um sich überhaupt zu erinnern. Unsere Augen, unser Gehirn, unsere Erkennungsstruktur ist aber sehr gut da drin, ein Gesicht wieder zu erkennen und zu sagen, ah, das ist der Arschloch vom letzten Mal. Das ist die hübsche junge Dame, die ich immer jeden Morgen um 8 Uhr am Bahnhof sehe, auf dem Weg zum Uni. Und das ist der, ich glaub, der geht immer, gibt's übrigens ein Paper drüber. Irgendwas mit Strangers. Family of Strangers. Okay, ist gut. Ich denke ab. Dankeschön. Was hat das mit Self-Quantification zu tun? Pro-Pseudonym ist also eine eigene Infrastruktur notwendig. Name, eigene Anschrift, soziale Netzaccounts, eigene Telefonnummer, Handynummer, eventuell sogar Handys, PGP-Schlüsse mit eigener Signaturkette. Es nutzt nichts, wenn dieselben Freunde alle anderen PGP-Pseudonyme auch untersignieren. Muss man denen sagen, nur diesen einen PGP, nicht die anderen. Lichtbildausweise vom Füllboot zum Beispiel. Reisepässe. Ich bin kein Anwalt. Aus dem Darknet. Visitenkarten. Vielleicht braucht man jedes Pseudonym ein eigenes Verhalten, einen eigenen Kleidungsstil. Andere Fahrräder. Du kannst nicht zu dem selben Fahrrad. Das Orangene, das immer so blinkt. Damit kommst du als Sportjunge vorbei und auf einer anderen Seite bist du irgendwie ein Mensch des zivilen Ungehorsams. Du kannst die beiden Persönlichkeiten matchen, weil die dasselbe Fahrzeug benutzen. Also du brauchst auch mehrere Autos für jedes Pseudonym. Vielleicht auch mehrere Wohnungen. Und das wird problematisch. Oder auch im Kopf wird das problematisch. So, um das alles zu verwalten, ist Self-Quantifization sinnvoll. Ansonsten vermischen sich diese Pseudonyme frühzeitig. Hey, der andere Typ, der fuhr auch das Auto. Hm, die sehen sich ähnlich aus. Okay, ich weiß, der ist bei der NPD und bei der KPD. Ich verpetze ihn bei beiden Sachen zum Beispiel. Warum bei NPD und KPD zu sein? Es ist eigentlich ganz gut zu wissen, was andere Leute so treiben, damit man selber weiß, also seine eigene Meinung zu machen. Ähm, so, ähm, kleine Tool-Diskussion abschließend zu machen. Wir sind ja eigentlich noch in der Einführung, in der Zusammenfassung. Ähm, die Passwortverwaltung ist super wichtig. Und normalerweise, früher hab ich gesagt, okay, das ist, ähm, Eintrag, ähm, PW-Safe. Möglichst benutze ich so, dass jedes Pseudonym einen eigenen Ast kriegt und darunter geht's los. Ähm, eigener PGP, Revoking Keys, äh, Facebook-Account, dieser Account, ähm, und immer 200 Zeichen langes Passwort natürlich, weil es ist super peinlich, wenn du mal dasselbe benutzt und irgendeiner hackt dich und weiß auf einmal, dass du dasselbe Passwort benutzt und sieht einfach, dann fällt dir, ähm, deine Pseudonyme auf, ähm, digital, fallen zusammen, nur weil du einfach das selbe Passwort benutzt hast. Und dann hast du doch eine eigene Wohnung, na, für jedes Pseudonym eine eigene Wohnung geholt, ein eigenes Auto, eigene Klamotten, eigene Verhaltensmuster aufgebaut und nur weil er das selbe Passwort benutzt, fällt das zusammen, das geht doch nicht klar. Da, ja, du willst aber mit der Zeit ein Pseudonym, also wenn du, ja, also als Pseudonym willst du eigentlich etwas machen, was Impact hat. Ja, du willst schon als Informationsquelle oder willst eine Gruppe von Menschen, ähm, durch innere Zersetzung, ähm, irgendwo in eine Richtung hinbringen oder so. Ich komm gleich mit Beispielen, ich überspringe das einfach, nicht wahr, es war ein bisschen langweilig. Also Passwortverwaltung ist wichtig, Adressbücher, ähm, in den Handys, ähm, auch wichtig, da muss man jetzt hinterher hinschreiben, okay, der kennt mich als. Telefon nicht mal mit dem einen Reisepass-Nachnamen beantworten, sondern nur auch mit Hallo, weil sonst verrät man sich, hä, ich dachte, Esteban schon geht da dran, was macht ein gewisser Nanook an diesem Telefon? Und dann zack, ist gematcht. Also Nanook und Esteban, die sind so public mittlerweile, die sind zusammen. So die Leute, die mich halt unter Esteban begrüßen, die sagen, ich weiß, dass du Nanook bist, aber heute brauch ich dich als Esteban. Heute Nacht brauch ich dich als Esteban. Ähm, du brauchst einen eigenen Kalender, um die Auftritte zu koordinieren, weil wenn du dann mit einem, ähm, mit einem anderen Verhalten zu einem anderen Ort sein möchtest, möchtest du vielleicht nicht, vielleicht bist du, du brauchst vielleicht andere Klamotten, weil du in einem anderen Pseudonym dich anders verhältst. Und es geht nicht, wenn du, äh, was du ganz großartig gemacht hast, Programm, ne, äh, morgens in interessantesten Punker-Klamotten kommst und nachmittags nach einer frischen Dusche, äh, würdest du dir am liebsten einen Kredit geben. So großartig und vertrauenswürdig sieht der aus. So, man braucht verschiedene Domains, Mailinglisten, ne, E-Mail-Adressen und so weiter und so fort, aber das ist für uns eigentlich easy peasy. In Detail, im Detail, was sind, das ist das Ende der Zusammenfassung, ne, im Detail, was sind eigentlich Pseudonyme? Äh, Menschen sprechen sich oft mit Namen an, ähm, der Name wird verwendet, häufig der Name wird verwendet, den man von Geburt an von den unterdrückenden Eltern aufgezwungen bekommen hat und in Rechtssystem ist eigentlich relativ schwierig, ähm, das nochmal zu ändern. Das geht so einfach nicht. Und, ähm, das ist ungerecht. Aber, wenn man sich seinen eigenen Namen ändern wollte, muss man bei der Bundesdruckerei ja auch, ähm, einfach nur den Namen ändern, aber ich weiß nicht, ob der Reisepass geändert wird, die Reisepassnummer geändert wird. So, ähm, wenn man aber was hinkriegt, sein eigenes Ego von diesem einen Namen, den man das ganze Leben, selbst wenn es der tollste Name ist, man liebt den Namen total, wenn man sein Ego davon trennen kann, dann gibt es einen großen Nachteil. Ich werde wahrscheinlich 78 Jahre alt, und, ähm, ich habe nur diese Zeit, Ruhm und Ehre auf diesen Namen zu akkumulieren. Und dann werde ich beliebt sein. Und ich hätte, alle Projekte, die erfolgreich gelaufen sind, laufen auf meinen Namen, und man wird mich begrüßen auf der Straße, und ich habe Macht und kann Sachen beeinflussen. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Ja, und das geht dann nicht. Weil man nicht 78 Jahre unter einem Namen gearbeitet hat, sondern vielleicht hin und wieder nur zwei Jahre unter vielen anderen Namen. Und dann sagen, wissen Sie nicht, wer ich bin? Äh, nein. Aber dieses Projekt muss laufen. Und dann sagen Leute dir sehr ehrlich, hör mal, du Pupsi, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ich mache hier mit, weil das Projekt, die Projektidee ist geil. Du musst dich erstmal beweisen. Und das ist eigentlich sehr gut, wenn Leute nur dann mitmachen bei dir, wenn sie von eigener Überzeugung der Meinung sind, und nicht, dass sie mitmachen, weil sie meinen, du bist ein toller Teamleader und dass sie sich durchziehen lassen können. Das ist der Vorteil. Also einfach Ego trennen und weniger auf Ruhm und Ehre hoffen. Das geht eigentlich ganz einfach, das ist nicht so schwierig. So, die Gefahr von einem eigenen Nym, wenn ich nur einen Namen habe, das heißt, da gibt es Probleme mit. Und das nennen wir in Siegen der schlaue Diktator-Meme. Ein Diktator hat Sympathisanten und Gegner. Der schlaue Diktator lässt diejenigen verschwinden, die beiden Gruppen zugehörig sind. Weil ein Diktator braucht Gegner. Das ist das Feindesbild. Der Diktator hat wir und die Bösen. Und die Bösen brauchst du. Deswegen bringst du nicht alle um. Du bringst halt nur die um, die irgendwie auf beiden Lagern sind. Und sich eine dritte eigene Meinung schaffen. Das heißt also, wenn ich ein schlauer Diktator wäre, ich würde sofort die Zeit gehen und die Taz, das sind ja zwei verschiedene weltanschauliche Zeitungen zum Beispiel, und gucken, wer beides abonniert. Und die müssen dann weg. Weil die sich um Informationsquellen kümmern und nicht eine Zeitung kaufen, wo das, was sie erwarten, drinnenstehen. Die bilden sich eine eigene Meinung. Und als schlauer Diktator, Tipp für alle, sollte ihr immer sein. Ich lese quasi nur eine Zeitung. Ihr braucht euch für mich keine Sorgen zu machen. So. Als schlauer Diktator kümmert sich man halt um Leute, die beides abonnieren. Das ist ja das Problem. Jetzt habe ich zwei Zeitungen abonniert und bei Laufen auf meinem Namen bin ich aber der schlaue Pseudonymiker, habe ich zwei Zeitungen abonniert unter einem anderen Namen. Das heißt, ich brauche hier einen anderen Namen, dort einen anderen Namen, hier eine Anschrift, dort eine andere Anschrift und die müssen auch bezahlt werden. Ich brauche zwei verschiedene Konten auf zwei verschiedene Namen. Da ist vielleicht eine Beziehung ganz interessant, weil dann kann man mit der Freundin sagen, du kaufst jetzt die Zeit und ich kaufe die Taz. Oder man kennt einfach jemanden, der ähnlich drauf ist und sagt, okay, hier, du kaufst die Zeit, ich kaufe die Taz und dann teilen wir uns die Zeitung. Geht auch. Oder man versucht halt irgendwie, es zu ermöglichen, dass der Finanzstrom, der uns ja alle verrät, weil Geldeingang und Geldausgang geht ja halt auch durch unsere Portemonnaies und vor allem unsere Bankkonten und sind halt da drin für die nächsten zehn Jahre. Die sind digital auch, die kann man durchsuchen. Da muss man sich den Kopf drum machen. Es geht aber, das werde ich nachher erzählen. Warum sollte man den ganzen Aufwand betreiben? Weil man hat dann Zugang zu eigenen Informationsquellen, die sich widersprüchlich sind. Man braucht halt Medienkompetenz. Das ist ja auch so ein Wort, das in letzter Zeit so ein bisschen durch die Szene geistert. Und wenn man erstmal aber drin ist durch die Verteidigungslinie einer Gruppe, die sich nach außen abschottet, dann kommt man sehr einfach an Informationen heran. Und das ist quasi der nächste Abschnitt, Kokosnuss gegen Mango. Die Kokosnuss ist außen sehr hart und die meisten menschlichen Gruppen sind halt so organisiert, dass sie gewisse Eigenschaften abfragen. Und wenn du erstmal drinne bist, ist das ein sehr hohes Vertrauenslevel, weil du drinne bist. Und Mango ist ja außen weich und wird innen rein immer härter. Und der Pseudonymiker ist immer so ein Mango. Der redet erstmal mit allen, der braucht ja die Informationen, gibt mir Informationen. Ich möchte auch Projekte machen. Ich muss auch Projekte auseinanderhalten und so. Aber umso mehr du danach gefragt bist, ja und was machst du sonst so? Du machst doch hier nicht nur Politik. Ja nö, nichts. Das ist das Ende meines Pseudonyms. Ich bin danach nicht mehr interessant. Wenn ich das nicht auseinanderhalte, könnten halt Informationen über mich bekommen werden. Und einem Pseudonym kann ich alles machen. Ansonsten braucht das Pseudonym wirklich ein eigenes Auto, eine eigene Wohnung, eine eigene Schrand. Man muss ja gezielt schon vornherein abstecken, was das Pseudonym eigentlich kennen muss. Der Nachteil vom Pseudonym ist ganz klar. Auch Nazis können das machen. Exkrimisten. Das ist mir noch nie aufgefallen. Wobei ich natürlich auch Vekalien ausscheide. Das Problem ist, jeder kann das machen. Und man kann das halt auch irgendwie, das ist ein Werkzeug. Ob du mit einem Messer Brot schneidest oder an jemanden abstichst, der Typ, der das Werkzeug benutzt, das ist das Problem. So, jetzt möchte ich aber weiterhin über das Pseudonym, kontextbasierte Pseudonyme sprechen. Aus dem Nähkästchen eines Pseudonymikers. Jetzt erzähle ich, es werden ein paar Pseudonyme klar werden, was alles falsch gegangen ist. Und es ist eher der Unterhaltsamurteil. So, nachdem Kommentare von Freunden in sozialen Netzen meine anderen Freunde, weil ich habe diverse Freundekreise, skeptisch machten, so, ist der Typ wirklich so verrückt? So, musste diese Vermischung getrennt werden. Der eine Account wurde passiviert. Facebook so, hier, hi, Reisepassname, ich, Riesenglas Bier, Party. Und andere Leute so, ich dachte, du wärst ein Christ. Ja, das muss man also auseinandernehmen. Also ein neues Facebook-Account aufgemacht, den alten zugemacht und dann nur die Freunde eingeladen, die halt in den sozialen Kontext passen. Also das ist Datenhygiene. Das Problem ist, es gibt Freunde, die sind alkoholtrinkende Christen. Muss ich jetzt, also bei dem Beispiel zu bleiben, muss ich da jetzt ein weiteres Pseudonym aufmachen, wo ich ein alkoholtrinkender Christ bin, nur um das Beispiel weiterzuführen? Oder wie gehe ich damit um? Und das ist meistens so, dass Leute, die in beiden Gruppen sind, die haben ein tieferes Bild von mir, von meinem Verhalten. Und die verstehen wahrscheinlich auch, wenn ich denen das ehrlich und offen erkläre unter Freunden, dass ich jetzt auf einmal Datenhygiene mache, dass ich gewisse Sachen trenne, aber sie sind halt special. Muss man denen ganz ehrlich sagen. Oder man benutzt einfach nicht mehr Facebook, oder generell Systeme, wo man halt so eine Wand hat und sagt, hey, ich war gerade hier und da und mit den Leuten habe ich mich getroffen. Sondern man benutzt es ausschließlich für eine One-on-One-Kommunikation, die sieht man ja von außen nicht. Also Leute, die mich aus zwei Kontexten kennen oder mehr, sind halt umso mehr meine Freunde. Und alle anderen haben halt nur ein Pseudonym auf mich. Das Problem ist, eine Person, die sehr viel über mich weiß, auch über fast alle Pseudonyme, ist natürlich meine Freundin. Weil bei ihr ist es sehr schwer, mich zu verstellen. Und das ist auch ziemlich krass, einer Person, der man sehr nahe ist, schon wieder einem Pseudonym dazu zu machen. Hi Freundin, wir sind in einem sozialen Kontext, der heißt Beziehung. Und zwar eine ganz klassisch-traditionelle Beziehung. Da bin ich Helmut Walter, ich bin vertrauenswürdig, ich bin zuverlässig und ich kaufe auch immer Blumen und so. Das geht, also manche Sachen, man muss es mit dem Kontext-basierten Pseudonym nicht zu weit tragen. So, Erfahrungsberichte. Als Sonnenborn-Hack sei die Aktion von Herrn Sonneborn, er ist sehr gut bezeichnet, er hatte sich als Mitglied in mehreren politischen Parteien eingetragen. Obwohl deren Satzung meistens keine zweite Mitgliedschaft in eine andere Partei zulässt, ist er überall reingekommen. Dies nachzumachen ermöglicht den Zugriff auf mehrere Informationsquellen. Und Information ist erstmal was Gutes, die Verarbeitung und Interpretation ist super anstrengend. Im Selbstversuch habe ich festgestellt, dass man in die CSU nur einziehen darf, wenn man eine Adresse in Bayern hat. Oder einen Freund kennt, der in Bayern wohnt. Den informiert man vorher, ne? Könnte man vorher informieren, nur konditional. Außerdem, es gibt eine Bayern-Partei, die für den Austritt von Bayern aus der BRD ist. Und für den Eintritt als eigener Staat in die EU. Das finde ich großartig, das sollte man 15 Mal wiederholen. Aber ich schwenge ab, ne? Das passt ja nicht. Ich schweife ab. Interessanterweise war ich in den regionalen Ablegern von Parteien schon bekannt. Siegen ist eine kleine Stadt. Und ich komme nicht überall rein. Mit meinem bürgerlichen Namen. Der Aufwand, andere Namen zu organisieren, ging einfach über eine temporäre Häufung von Namen an meiner Haustür unter der Klinge. Und ich vermute, die Beitrittsgesuche werden von allen Parteien eher auf den Namen, aber nicht auf die Anschrift abgeglichen. Wenn zum Beispiel jemand Tim Martin heißt, Martin ist der Nachname, und der hat eine WG mit einem gewissen Simon Holzhauer, dann kann man das auf die Klinge schreiben. Und der Vermieter merkt ja nichts, wenn da Martin Holzhauer steht. Wer ist dieser Martin Holzhauer? Zack, hat man ein Pseudonym. Das ist halt großartig. Also versucht, wenn ihr in einer WG wohnt, und ihr darüber entscheiden könnt, wer als nächstes einzieht, jemanden zu finden, der einen Vornamen als Nachname hat. Bitte? Martin, Tim, ja. Vorname, Nachname vertauschen, das geht auch. Aber wenn die Eltern nicht cool waren damals, dass man geboren wurde, dann haben die das vielleicht nicht mehr da. Und ich bin ziemlich dankbar, dass damals kein Spitzel von der GEZ vorbeikam und dann sah der auf einmal fünf Leute in einer Zwei-Mann-WG-WG. So, der Sonnenbursche, ein Sonnenburscher, Sonnenbornscher Clou ist, dass er nicht zahlendes Mitglied, als nicht zahlendes Mitglied eingetreten ist und ist nicht rausgeschmissen worden. Ich glaube, so ging der Artikel weiter. Was interessant ist für diejenigen Pseudonymiker, die nicht genug Geld zur Verfügung haben, die ganzen Parteimitgliedschaften zu bezahlen. Das neue Problem, welches entsteht, ist die Häufung von Informations- und Bezahlaufforderungs-E-Mails, Spam-Felder. Und natürlich die postalischen Anschreiben. So, die mehr Briefumschläge, die ich jetzt erhalte, die mache ich ganz sauberlich auf und verwende die Kosten optimierend, um jährlich meine Scoring-Dienste, wie Schufa und so weiter, sofort anzuschreiben. Die kennen mich halt meistens zu dem richtigen Namen, sind ja auch irgendwie Account-basiert. Das wäre was für den Vortrag vorher gewesen, einfach, ich möchte Schufa anschreiben und habe aber keinen Bock, einen Briefumschlag zu kaufen. Dann nimmst du einfach den, den dir eine Partei gerade geschrieben hat, wo sich flamet, dass du endlich bezahlen sollst. Dann sparst du dir die ein paar Cent von einem Briefumschlag und du machst was Gutes für die Umwelt. Eine weitere Entdeckung ist, wenn man Mitglieder aus einer Partei, die keine Zweitenmitgliedschaft erlauben, auf einmal auf einer Mitgliederversammlung einer anderen Partei entdeckt. Und das ist total abgefahren. Da dachte ich, ich bin ein supergeiler Pseudonymiker, ich bin ein Pseudo-Hexor-Lead-Lord und auf einmal sind Leute 20 Jahre älter als du und die sind auf der Mitgliederversammlung einer anderen Partei. Und das heißt nur du, weil du die vorher da auch gesehen hast und diese kennen dich auch wieder. Das ist jetzt unterschiedlich. Also sagen wir mal, nehmen wir zum Beispiel die Partei und bei den Piraten ist ja langweilig, die erlauben das. So, aber das sind meistens eine größere Partei Mitte-Links und eine größere Partei Mitte-Rechts. So, es gibt auch einen Krassen, der ist extrem rechts und extrem links. Also NPD und das andere war MLPD. So, der zieht das total knallhart durch. Den aber zu erkennen ist, so scheiße, ich bin ein Shape-Shifter, da ein Shape-Shifter, welchen Shape nimmst du einem Shape-Shifter gegenüber? Cool bleiben und dann haben wir die die Versammlung, hey, wollen wir eine rauchen gehen? Sie hatten ja das und das gesagt und dann mit denen reden und dann kann man mit denen aber auch absprechen, wie man sich verhält. Man kann dann aber auch kostenoptimierend oder Aufwand optimieren, einfach sagen, okay, du kümmerst dich um die Partei und ich mach die. Und dann macht man einfach alle E-Mails, die man so gekriegt hat von der Partei, die leitet man auch direkt vor, schauert man direkt weiter und zurück. Ja, 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 genau. Hallo Genosse! Ich meine, wenn man auf einmal diese Fähigkeit hat, diese Leute zu erkennen, ja, dann fragt man sich, scheiße, wie macht er das? Kann ich da was lernen von? So, und die sind super interessant und die haben einen interessanten Lebensstil. Das muss jetzt nicht mein Lebensstil sein, aber es gibt die da draußen und das finde ich großartig. Das ist schon wieder eine großartige Idee, die ich habe, die ich nicht als Erster habe. So, eine weitere Sache, wo wir bei politischen Parteien sind. In der Piratenpartei ist es üblich, sich mit einem Spitznamen anzusprechen. Ein angeblich ehemaliges FDP-Mitglied, ein Spion, bestand darauf, meinen echten Namen zu wissen und selbst nach Erklärung, dass Namensschalungen Rauch sind, hey, Handles, Nix sind doch cool, hat er, der wollte einfach ihn wissen und dann habe ich gesagt, na gut, wenn du darauf bestehst und weil du ein guter Mensch zu sein scheinst, ich heiße Martin Hase. Aber bitte behalte es für dich, ich vertraue dir. Dazu noch zwei Anmerkungen. Martin Hase ist uns alle bekannt, ist ein großartiger Mensch. Erstens, ich bin seitdem auf offener Straße nicht mit diesem Namen angesprochen worden. Das heißt, dieses Mitglied hat das Geheimnis für sich behalten, wie ich wirklich heiße. Und das ist erstmal gut. Aber ich bin auch vorher nicht so genannt worden auf der Straße. So, in dieser Situation fiel mir zuerst der Name des Bürgermeisters ein. Der hatte nicht gepasst, weil der Bürgermeister eine regionale Größe ist und in der Region ist es eigentlich, umso kleiner die Stadt ist, ist es eigentlich auch sehr selten, dass alle gleich heißen, jedenfalls so wie unser Bürgermeister. Es gibt natürlich den Nachnamen Müller, der sagt, jetzt sind überall Müllers. Aber sonst, dieser Bürgermeister, der sagt, hey, du heißt wie unser Bürgermeister, das ist aber merkwürdig. Und dann fiel mir halt Martin Hase ein. Das war so die nächste. Und jetzt gibt es so eine awkward, so eine Zeit. Und wie heißt du? Jetzt sagst du doch endlich. Okay, ich sag dir meinen Namen. Martin Hase. Die Zeit läuft aus. Ich war unvorbereitet einfach. Und jetzt habe ich einfach ein Set von Vornamen und Nachnamen. Die kann ich so ein bisschen kombinieren. Und es läuft. Ich nehme übrigens auch, soweit es möglich ist, im Internet, ist es super einfach, sich auch als Dame zu outen. Oder als Kind oder was auch immer. Was halt für das Pseudonym am besten passt. Das Problem ist, sobald die Geschichte vom Internet AFK geht, ich sehe nicht aus, also ich sehe schon sehr aus, wie ich aussehe. Hautfarbe, Alter, Stimme, Bartwuchs, Haare und so weiter. Und dann sofort, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin ein Leichtathlet. Ich würde das gerne sagen. Das stimmt nicht, das passt nicht. Da denken sie so, das ist ein bisschen skeptisch. Ich kann auch nicht sagen, dass ich eine Frau bin. Das sehe ich einfach nicht so aus. Und da muss ich also meine Pseudonyme, auch mittlerweile im Internet, weise wählen. Weil eventuell kann dieses Projekt real gehen. Und dann trifft man sich in real life AFK. Und dann hat man eine große Erklärungsnot. Und vergibt vielleicht eine Chance auf ein cooles Projekt, auf coole Leute, mit denen irgendwas zu machen. Also, das ist mir seitdem nie wieder passiert, mich Martin Hase zu nennen. Nichts gegen Martin Hase, aber ich musste vorbereitet sein. Und ich muss auch, ich kann mich jetzt nicht immer Martin Hase nennen, weil das ist mein Pseudonym. Und dann, ich brauche andere Pseudonyme, weil es gibt nicht so viele Martin Hases. Viertens, es ist wichtig, eine nicht vollständige Wahrheit freundlich zu verpacken. Ja, zu sagen, mein Name ist Esteban Schur, ist nicht die Wahrheit. Weil die Person eigentlich meinen Reisepassname haben wollte. Es ist wichtig, das freundlich zu verpacken. Und damit man meine spontane Freundlichkeit nicht entdecken kann, als Signal, oh der lügt gerade. Der ist so freundlich, der lügt. Da habe ich mir angelernt, einfach immer freundlich zu sein. Das ist auch sehr einfach, mit Leuten zu interagieren, wenn man freundlich ist. Also, meine ganzen alten Pseudonyme, die unfreundlich waren, raus. Nur noch freundliche Pseudonyme. Und am besten funktioniert der freundliche, stets lachende Kack-Nub zu sein. Also nicht nur Kack-Nub, sondern der Anfänger. Der, hey, das ist interessant, kannst du mir sowas erzählen. Und immer lächeln. Es ist besser, als der Besserwisser zu sein. Vor allem im neuen Themenbereich. Ja, es weiß ich besser. Ach ja, erzähl mal. Das mache ich schon seit fünf Jahren. Okay, und wie hast du denn das Problem damals gelöst? Oder aggressiv. Leute reden nicht mit aggressiven Leuten. Und die Rolle des schweigsamen, zurückgezogenen, nachdenkenden Philosophen erschwert per Definition einfach schon die Rolle des Pseudonymikers zu spielen. Introvertiert funktioniert nicht. Jetzt waren wir bei Politikern. Ich mache fünf Minuten länger. Sage ich schon mal an. Gegensätzliche Vereine. Ich bin unter einem Toilie Nul, Esteban Schur, in einer Graswurzel Urban Gardening Projekt tätig, dem Greenspace. Vorher hatte ich den Hackspace mitbegründet und dann von Hackspace, jetzt hier Urban Gardening, wie nennen wir das Kind? Greenspace. Namensgebung. So, eine Person, die mich flüchtig aus anderen Kontexten kennt, schaute eben diesem Verein auf einem Informationsabend vorbei. Das heißt, die Person kannte mich aus einem anderen Kontext, kommt im Garten vorbei, kannte mich unter einem anderen Namen und jetzt auf einmal stelle ich mich als Hi, mein Name ist Esteban Schur vor. Und ich habe ihr angesehen, dass er mich wiedererkannt hat als der andere Mensch, als das andere Pseudonym. Und ich so, ha, haben wir uns nicht schon mal gesehen? Was habe ich gesagt? So, habe ich natürlich gesagt, nein, ich habe gelächelt. An ein so schönes Gesicht hätte ich mich sicherlich erinnern. Ich habe aber häufig gehört, dass ich, ich werde häufig mit anderen Leuten verwechselt, also ich glaube, ich habe ein sehr durchschnittliches Gesicht. Und dann Themawechsel, Themenwechsel, schnell weiter, weil dieses, das ist so, kenne ich den nicht irgendwoher? Und wenn man freundlich ist und diese, der komischen Sache, die erstmögliche, leichte Erklärung gibt, dann funktioniert das meistens. Sehr geil war, dass bei diesem Informationsabend, wo der ganze Verein mit dieser einen Dame da war, um sich den Garten anzuschauen, die informieren sich über coole Projekte einfach. Ist ja ein cooler Verein. War natürlich Leute vom Hackspace dabei. Und die nannten mich den ganzen Abend Nanook. Obwohl ich den gesagt habe. Wenn ich im Greenspace bin, heiße ich Esteban Schur. Wenn ich bei euch bin, Nanook. Ist das denn so schwer? Es ist schwer. Mittlerweile fragen die so, hi, wie ist dein Name nochmal? Nanook, Nanook, Nanook. Das ist auch ein Grund, warum kontextbasierte Pseudonyme nicht halten können. Weil ich kann die Information, die ich rausgebe, kontrollieren. Wenn die aber erstmal draußen ist, kann ich selbst den besten Freunden nicht vertrauen, das kann ich mir selber ja auch nicht, es kommen noch ein paar Fehler, dass diese Information zu jeder Zeit, Tag und Nacht so behandelt wird, dass sie nicht liegt. So, das heißt, Pseudonyme haben, ein Pseudonym wird sterben. Und warum auch nicht? Ich werde auch irgendwann mal sterben. Mehrfach. Jetzt ein anderer Abschnitt. I heard you like a context-based Pseudonym. In your context-based Pseudonym. Was ist passiert? Im Rahmen des oben genannten Gartens erschien ein Zeitungsartikel. Die Journalistin hat gesagt, ich bin Esteban Schur, mein Garten. Hier meine Kollegin, die auch diesen Pulli gemacht hat. Machen Sie ein Foto von uns, schicke Artikel. So, im Hackspace war jemand, das ist dieser Nanook. Wie heißt der eigentlich richtig, Nanook? Sag ich dir nicht. Hör mal, ich hab hier gerade dieses Konzept, ich nenne es kontextbasierte Pseudonyme. Und sag ich dir nicht, tut mir leid. Aber nimm es nicht persönlich, wir können trotzdem hier hacken und so weiter und so fort. Hat auch die anderen Hacker gefragt und die haben stillgehalten. Ich bin super stolz, weil ich denen gesagt habe, Leute, das ist halt so ein Projekt. Das ist so mein Hacking-Projekt. Fahrt mir da nicht in die Parade. Und dann haben sie, weil ich mit denen kommuniziert habe, das ist eine Information, die sie nicht weitergeben sollen. Hatte der nicht Zugang zu meinem echten bürgerlichen Namen. Jetzt hat er den Zeitungsartikel gelesen, in dem ich Esteban Schur genannt werde. Der kommt am nächsten Tag in Hackspace. Nanook, ich weiß, wie du heißt. Du heißt Esteban Schur. Ich hab einen Zeitungsartikel, der beweist ist. Scheiße, das war total unvorhergesehen so. Wie geil ist das denn? Meine Pseudonyme verstricken sich und schützen meine bürgerliche Reisepass-Identität. Und er freut sich, dass er den Namen weiß. Und ich freue mich, dass etwas passiert ist, das ich nicht vorhergesehen habe. Ich will nicht auslachen. Scheiße, fuck, wie hast du das herausgefunden, Mann? Das war richtig gut. Ich finde das toll, dass du das herausgefunden hast, aber du weißt, das ist halt mein Projekt so. Ich finde es gut, dass du das gemacht hast, aber es ist ein Geheimnis, Mann, verstehst du? Ja, klar, keine Angst, bei mir ist dein Geheimnis sicher. Okay, cool, ich lade auf den Club Mate ein und so weiter und so fort. Und dann mit der Zeit aber hat er mich auch anders kennengelernt. Und irgendwann hatte sich das so eine andere Geschichte offenbart. Die kommt vielleicht später. Das Problem ist auch, dieser Zeitungsartikel. Da war ich unvorbereitet mit Klamotten. Die Journalistin kommt in den Garten und ich bin im Garten und habe mein Hackspace-T-Shirt an mit groß meinem Nanook-Namen hier. Und stelle mich als Esteban Schuhe vor. Er musste darauf hineinfallen. Das Geile ist, Maike, die Gründerin des Gartens, war mit ihrer wenige Monate alte Tochter da. Und wir hocken nie das Kind dazwischen im Garten. Ich habe zwei Beglückwünsche zu meiner jungen Vaterschaft gekriegt. Ich habe sie nicht drüber aufgeklärt. Was total geil ist. Hey, du bist ja Vater geworden. Finde ich super. Und wie heißt die Kleine? Manola. Verena. Simona. Die hat am 1.4. Geburtstag. Nee, wirklich? Ja. Weil die Person, finde ich super. Das waren auch altere Leute. In Siegen wird sowieso sehr viel getraten und ich warte einfach, bis der Bumerang wiederkommt. Und so, und? Wird es eingeschult? Oh, ich bin ja so aufgeregt. Das finde ich super. So, es war halt unbedacht, wie ich mich Journalisten vorstelle und wie ich in diesem Moment gekleidet bin. Das muss man als Pseudonymiker, muss man da auch mal ein bisschen nachdenken. Das war so ein Breach. Das haben wir. Und jetzt möchte ich gerne über Freundschaften sprechen. Denn das kann ja durchaus über Pseudonyme gehen. Deswegen nenne ich den nächsten Abschnitt Freunde durch Dick und Kontext. Ein Erlebnis offenbarte mir, wie ich Freundschaftsverhältnisse durchaus quantitativ aufzeigen, ausrechnen kann. Hybris, Hackspace-Ing, der kennt mich aus dem Hackspace, aus dem Greenspace, als Parteimitglied und als Schauspieler an der Uni. So, und dann, wir laufen durch die Uni, wollen essen gehen und dann kommt eine Person zu mir, freut sich total, mich zu sehen. Hey, Monik, schön dich wiederzusehen an der Uni, studierst du noch und so weiter und so fort. Und Hybris, okay, er wird gerade begrüßt mit Monik und rastet total aus. Was? Wie? Wie? Okay, ist gut, ist gut, ist gut, ruhig. Was ist dein Problem? Und dann so, oh mein Gott, wer bist du? Und ich so, ey, Hybris ist schon alles okay, kein Problem. Dann erkläre ich ihm, okay, das ist jetzt der fünfte Kontext, habe ich ihm das auch erklärt, weil er eigentlich schon die anderen vier Kontexte kannte. Und der fünfte war eigentlich nur, wenn er schon viel kennt, ist der fünfte, das zu erklären, das Spiel kennt er mittlerweile. Und er hat natürlich auch erst mal gelacht. Die Frage ist, wer bist du? Unter Freunden ist halt schon kritisch. Wer bist du? Kann ich dir vertrauen? Bist du ein Betrüger oder so? Und dann habe ich gesagt, hey, du kennst mich in fünf Kontexten, das ist Level 5. Als Freundschaft, du bist Level Freundschaft 5. Herzlichen Glückwunsch, du hast gerade ein Level dazugewonnen. Und er so, okay, was ist denn das höchst erreichst wahre Level? Für diese Information musst du mindestens Level 23 haben. Eine Anmerkung, am schwierigsten ist es, jemanden den zweiten Kontext zu offenbaren. Ja, weil das ist halt diese Pseudonymiker-Verhaltensweise, das ist ungewöhnlich. Wenn man das aber in aller Ruhe erklärt und es, hey, ich bin halt Bürgerrechtler, ich bin aber freundlich und lache die ganze Zeit, dann läuft das. Dann wird die Kröte geschluckt und wenn man das ein paar Mal wiederholt, dann kommt Level 3, Level 4 und so, dann merkt man, okay, das ist eigentlich... ...ist der okay. So. Wenn man das nicht kommuniziert, können halt Informationen geleakt werden, das möchte man halt nicht, aber es wird passieren. Also, da habe ich meine Hoffnung aufgegeben. Man muss dann auch sagen, hier, geh halt nicht rumposaunen damit und wenn du nicht weißt, wie du mich ansprichst, dann frag mich einfach irgendwie indirekt. Hey, ich habe deinen Namen vergessen. Aber, um das noch einfacher zu machen, bin ich auf Farbcodes gekommen. Und zwar, rote Kappe, Nanook, also ich, als ich zur MRCD kam hier vorhin am Freitag, kam Rami zu mir, hä, Nanook, ich habe dich nicht wiedererkannt ohne rote Kappe. Weil ich die halt auf dem Kongress und auf dem letzten MRCD angetragen hatte. Grüne Kappe ist Esteban Schuhe, das grünen Greenspace und so und dann für jeden sozialen Kontext quasi ein Hut. Die Kleidung, der Rest der Kleidung ist schwarz, das ist unauffällig. Ich bin nicht tätowiert, keine Ohrringe. Ein Lächeln verhindert total die Gesichtsstruktur zur Wiedererkennung. Diese Frisur und dieser Bart machen es biometrisch auch ein bisschen schwieriger. Und dann einfach dieser bunte, bunte Hut. Da achtet kein Mensch mehr auf deine Augenfarbe oder sonst irgendwas oder auf diese Knollennase. Sondern es ist halt rote Mütze Nanook. Grüne Mütze Esteban. Und das macht anderen Leuten auch einfacher. Die wissen ja, welche Farbe hat er denn heute an? Ich habe meine rote Mütze vergessen. Das ist total ärgerlich. Und ich war echt traurig, dass gute Freunde im Raumzeitlabor mich nicht erkannt haben. So ein Nanook, wo ist deine rote Mütze? Das ist ein Problem. Weil jetzt muss ich immer so ein Set an Mützen dabei haben. Über den Raum gucken. Okay, wer ist da? Okay, das passt. Okay, dann kann ich wirklich... Okay, gut. Und das ist ärgerlich. Also du hast recht. Wenn ich statt meinem Namen ein Label nehme und sage, sprecht mich so an. Das geht gut, aber nur ganz kurz. Und dann ist es schwierig zu organisieren. Wenn ich die schon kenne, duze ich die einfach. Hey, du! Na, was denn? Wir müssen reden. Oder kannst du mir gerade mal anpacken, hier was helfen? Ich meine... Also du gehst auf den Parteien-Shapeshifter zurück, ne? Habe ich gedust. Ja. Nup-Sodonymiker. Ja. Ach so, ja. Also hier ist ja einfach. Steht unten drunter Nanook, Vortragender Nanook. Tja, dann sagst du, hey, ich bin mir nicht sicher, ob ihr mich alle kennt. Mein Name ist so und so. Und auch wenn mich alle kennen, dann denken die, okay, hier ist irgendjemand, der ihn noch nicht kennt. Okay, wollen wir das in der Diskussion machen? Weil ich habe jetzt schon überzogen. Videoengel, ist das okay? Kann ich länger? Gruß an die Regie. Okay, cool. Kann ich das... Ich will nur diese zwei Seiten nochmal vorlesen, dann sind wir durch. Ist das okay? Bitte? Ich habe ihn gemeint. Okay, ich beeile mich auch. Super. Was für ein Glück ich habe. Das habe ich schon erzählt. Dieses Pseudonymiker-Spiel, das hat Auswirkungen auf mein Leben. Zum einen, damit es funktioniert, muss ich generell freundlicher sein. Und das Sprichwort stimmt, so wenn es rausruft, schau es wieder zurück oder so. So ist das Sprichwort, ne? Doch, das stimmt. Lächeln, freundlich sein, ist eine Anonymisierungsfunktion, habe ich das Gefühl. Der Mensch merkt sich nur, Leute, die einem auf den Sack gehen und bilden dann Hassgeschichten im Kopf und merken sich sehr genau das Gesicht. Wenn man so Smalltalk-freundlich ist, dann passt das eigentlich schon alles ganz gut. Ich kann als Pseudonymiker nicht wirklich eine Rolle annehmen, die außerhalb von diesem Körper ist. Ja, ich kann nicht sagen, dass ich Balletttänzer bin, weil so sieht ein Balletttänzer einfach nicht aus. Für so ein bisschen unauffälliger zu sein, wäre ein bisschen kürzer, eigentlich besser. So eine Durchschnittsgröße, eine Durchschnittsfülle. Die Frisur, der Bart, das passt schon ganz gut. Dunkle Klamotten tragen passt auch ganz gut, dass das ermöglicht, dass Pseudonymiker sein. Kommen wir jetzt zum Self-Quantization und was das mit kontextbasierten Pseudonymen eigentlich genau zu tun hat. Da kontextbasierte Pseudonyme AFK aufgebaut und gepflegt werden, findet Self-Quantization eher indirekt als Verwaltung von diesen ganzen Pseudonymen statt. Ich hatte ja von einem SAP-System gesprochen. Das benutze ich natürlich auch, um meine Pseudonyme zu verwalten. Auch für Projektmanagement. Und in jedem Kontakt, den ich so habe, schreibe ich rein, unter welchem Pseudonym die Person mich zumindest kennengelernt hat. Aber ich kann mir echt nicht alles merken. Das ist echt schwierig. Du kriegst den Anruf und dann... Das ist schwierig. Das Spiel in sozialen Netzwerken. Guck mal, wie viele Freunde ich habe. Das spiele ich nicht mehr, weil damit würde sich natürlich alle Pseudonyme einzerfallen, weil ich da nicht die sozialen Kontexte ausnehmen kann. Dann gibt es die Smartphone-App Telegram. Die ist schwierig, weil die Leute haben mich unter irgendeinem Pseudonym abgespeichert, treffen sich in einer Gruppe und sagen, hey, Nanook. Aber es ist gerade die Gruppe der Gärtner. Und irgendein neuer Gärtner fragt sich, wer zum Teufel ist denn dieser Nanook? Und wieso antwortet Esteban? Das ist schwierig. Also da immer die eins und eins, die direkte Kommunikation aufrechterhalten. Ich möchte noch ein Beispiel bringen. Mobilfunknummern sind Identifikatoren. Die Mobilfunknummer darf nicht ewig bestehen. Also ich stellte mich auch der Stadt... Die Stadt kümmert sich um dieses Greenspace-Projekt. Und da stellte ich mich vor als Esteban-Schur. Mal gucken, wie weit ich komme. So ein bisschen Chuzpe. Und da hab ich denen auch meine Handynummer gegeben, damit die mich halt erreichen können, falls was vorfällt. So hier so Graswurzelbewegungen, Urban Gardening. Das ist was Neues in Siegen. Die Stadt möchte einfach beruhigt sein. Hab ich denen halt eine Mobilfunknummer gegeben, weil das ist das Ziel, dass ich unter dem Pseudonym auch Dinge tun kann. Und ich die ganze Zeit mich um die Pflege des Pseudonyms kümmern muss. Und da ist also was vorgefallen bei der Stadt und die wollten mich halt informieren. Und dann sagte der Abteilungsleiter, der Praktikanten, ruf mal den Esteban an. Der hat diese Nummer. 0170-2342-113. Und der Praktikant, der kannte mich aber noch aus der gemeinsamen Schulzeit, vor mehr als 10 Jahren. Also in Worten 10 Jahren. So alt war meine Handynummer. Er gibt also die neue Nummer ein von diesem Esteban und sein Handy sagt ihm, hey, das ist der und der. Und dann sagt er als erstes, hä, ist ja interessant, hey, die Nummer, die kenne ich aber an anderen. Dann ruft er mich an und ich als Pseudonymiker antworte mit, hallo? Und er so, okay, ich glaube, die Stimme passt. Wer ist denn da? Also die haben mich doch angerufen. Mit wem wollen sie entsprechen? Zack, genug Sätze gesagt, er hat mich wiedererkannt. Das ist natürlich blöd. Da ist auch wieder ein Leak gewesen von Informationen. Und wieder hat mich ein Gespenst aus der Vergangenheit eingeholt. Das kann man, also wenn man nicht von vornherein im zarten Alter von einem Monat anfängt, die Pseudonyme anzulegen. Dann muss man einfach damit leben, dass gewisse Geister von der Vergangenheit einen einholen. Und da kann man halt drüber reden, weil Leute verstehen das, finden das lustig oder so. Ah, ich weiß ein Geheimnis über dich. So ist das schon okay. Hä? Mehr Telefonnummern zum Beispiel. Das Problem ist, willst du wirklich mit mehreren Handys rumlaufen? Alleine das, die alle zu laden und so. Das ist anstrengend. Planet wechseln. Deswegen ändere ich. Bitte? Ja, das ist eine gute Idee. Ich überlege gerade, ob ich fertig bin. Genau, warum passt der Vortrag eigentlich in diese diesjährige MMCD? Okay, Self-Quantization. Also ich vermute, dass die Wettkampfleitung hat entweder Slot frei und mag mich. Das ist wahrscheinlich. Aber wieso passt das thematisch hier rein? Weil das Zerlegen von sich selber in einzelne kleine Pseudonyme-Pakete, abgegrenzte Pakete, quasi sich selbst zerteilen auf Englisch Quantifying Onself heißt. Und von dort aus ist es ja Self-Quantification. Also wenn, dieser Vortrag muss auf jeden Fall angenommen werden, weil es natürlich Self-Quantification eine Persönlichkeit ist. Ja, zusammenfassend. Die diesjährige MMCD war großartig. Ich habe viel erlebt, neue Leute kennengelernt, alte kennengelernt. Hat richtig Spaß gemacht. Ich hatte es echt gebraucht. Ich habe mich wirklich gefreut. Ich habe viel Spaß gehabt beim Engeln. Und ich danke den Engeln, dass sie da waren. Ich wünsche uns noch eine geile Abschlussveranstaltung gleich, eine gute Heimfahrt und freue mich dann euch wieder auf dem Kongress zu sehen. Bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.